Musik Ja, servus, du Weißwischl da draußen vor dem PC in die Laptop TV. Wir spielen 8. Folge von Pokémon Pearl Edition RENDOMOUS. Schön, dass du wieder eingeschalten hast und dich dieses Thema interessiert. Wir sind in Erzlingen stehen geblieben, wir kommen sehr schnell voran. Ich gönne mir die Zeit und jetzt sind wir auf den Weg zu der Mine. Wir wollen weit hier rausholen, damit wir gegen ihn kämpfen können. Das ist wichtig. Jeder Stolz auf die Mine. Ich nehme einen Moment, in dem Moment, wo wir hier stehen und uns unterhalten, graben sie unter dem Meer nach Kohle. Ich finde das einfach faszinierend und erfrischend auch. Kann ich hin, glaube ich auch. Hoppala, da hat mich jetzt gerade der Typ da erschreckt. Schlag, hau, Matschalo, Schlag, hau die Felsen weg. Oh, ich mag die Kerne. Jetzt schon. Ja, du besichtigst die Mine. Wunderbar, das ist sehr gut. Es ist immer gut, wenn man sich bemüht, etwas Neues zu lernen und den eigenen Horizont zu erweitern. Mehr sagst du nicht. Schauen wir mal. Ich gehe jetzt nochmal hier hin. Da ist, ist da nichts. Da ist einfach nichts gut. Schaut schön aus, ne? Das sind so Förderbänder, die eben die Kohle abtransportieren. Das Konzept wird, glaube ich, noch größer. Oder auch nicht... Aha. Cool. Ich war schon lange nicht mehr hier. X-Abwehr, etwas, was ich verkaufen kann. Yeah. Ich werde reich. Jeder, der in der Mine arbeitet, hat sein Pokémon bei. Du kannst sie vielleicht raus, oder? Ja. YouTube. Yo. Yo, what's you do. Komm, kämpf. Nee, Goldro hat heute keine Lust, mit dir zu kämpfen. Ich flüchte mal. Ich wollte eigentlich dieses junge Mädchen ansprechen. Es gab Pokémon, die sahen aus wie Steine. Das hat mich überrascht. Ui. Toll. Wird immer kleiner. Schaut schön aus. Ich fühle mich so erhaben. Es geht weiter. Ätzlinge, Mine. Ah, ich muss außen rum. Hi, Reiki. Keine spezielle Musik von dir. Nö, nicht? Ja. Ich flüchte einfach. Ich beginne gar nicht, dich zu jagen. Ich glaube, ich habe wahrscheinlich Latias umgebracht, aber es macht ja nichts. Das kann ja mal in der besten Familie vorkommen, nicht wahr? Ich habe dieses Macho-Lauf der Route 207 getroffen. Jetzt ist er mein bestester Partner. Macho. Mach, mach. Macho, mach. Hallo, holo. Hey, cool. Knogger. Ich möchte eigentlich schon mehr Pokémon aus dieser Generation fangen. Aber es ist cool, dass es hier gibt, ne? Knogger finde ich auch ein sehr cooles Pokémon. Ich verrate dir etwas. Ich habe mein Pokémon mit zur Arbeit mitgeschnuppelt. Genau. Mitgeschnuppelt. Schnuppelt, schnuppelt, schnuppelt. Eine Herausforderung von Leopard. Honeyweasel, aha. Ganz interessant. Genau, ganz interessant aus Pokémon, ne? Das ist die Bienenkönigin. Dieser blöde Erzwinger. Das ist mega Mist. Mist. Will ich nicht haben. Es hat zu viel gebracht. Jetzt bin ich auch noch verwirrt. Dann werden wir das eben so machen. Schau her. Pass mal auf. Wir werden das Pokémon wechseln. Wir machen einfach nur mal Keifel. Ja, das schaust du aber blöd. Müsst du auch von und zu Hornwiesel. Von Hornwiesel eigentlich. Oh, das ist nicht gut. Die wird ja immer stärker. Oder? Ja. Ja, ja. Darum hätte ich dich bepulvern. Ja. Na ja. Jetzt ist schon dunkel bei mir, ne? 20.02 Uhr. Dunkelheit. Bei mir hört man ja auch Vogelgezwitscher noch ein bisschen so leicht. Ich liebe es, wenn die Amsel so hin und her terrieren. Komm, du triffst, komm, du triffst, du hast dich selbst verletzt. Jetzt hat er die... Hat er die Zornklinge jetzt abgebrochen? Das ist jetzt einfach nur interessant, weil... Entweder habe ich jetzt nicht aufgepasst. Na, ich habe nicht aufgepasst wahrscheinlich. Zornklinge, doch. Aber die ist relativ stark, ne? Nee, überhaupt nicht. Okay. Okay. Ich bin zufrieden. Das heißt, wir werden gewinnen. Und Weisel. Schleich dich. Ich hole mir die Erfahrungspunkte. Du verbisst mich jetzt wieder. Der Leopold. Auf Wiedersehen. Schön. Ah, Geld. Ich wollte so den Pokéball... The Trank. Super. Jetzt habe ich schon sechs Tranks. Das ist fight, übrigens. Wait. Wait. Oh, Geradax. Süß. Geradax kann auch so ziemlich alles erlernen. Oh, den hätte ich schon ganz gerne. Ahm, schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir dich, weil Geradax kann auch Surfer und so. Und Normal-Pokémon ist auch nicht so schlecht, wenn man mal so eins hätte. Jetzt schauen wir mal. Probieren wir sie mal. Hier hält ja auch was aus, sehe ich. Sie sind meistens alles so vollentwickelt. Das ist schade, finde ich. Schade. Schade, Momenade. Ich habe schon lange kein neues Pokémon gefangen. Los, Goldo, schnappe es mir. Geradax, du wirst diesmal in meinem Thema aufgenommen. Dann werde ich dich trainieren. Du wirst der aller stärkste Geradax sein auf dieser Welt. Komm, nochmal. Ah, du senkst meine Angriffe, oder? Darum bin ich so schlecht, ne? Mach dir nichts draus. Jetzt ist es auf rot, jetzt gehe ich in den Beutel. Und jetzt, halt. Du bist ja eh in der Höhle, oder? Ist das eine Höhle? Kann man das als Höhle gelten lassen? Ich versuche es jetzt einfach mal. Ich hätte es lesen können, aber ich mache es jetzt mal. Ich bin kein Leser. Ja. Geradax is my best friend. Ich nenne dich Zell, ja? Du konntest nämlich so viele Attacken erlernen. Geradax, es stürzt sich mit 100 kmh auf Beute, aber es kann nur gerade auslaufen und die Jagd beslingt oft. Super. Okay, du bist also Zell. Na, also. Warum hast du das nicht angenommen? Kommt, so. Jetzt hat es richtig. Zell ist im Team dabei. Sehr schön. Fluchtseil haben wir dabei, okay. Jetzt will ich da nochmal ganz hoch schauen. Aha. Aha, da hätte ich euch auch hier runter gekonnt. Na gut, ein schneller Kampf während meiner Pause. Du hast eine Pause. Es geht aber nicht. Das werde ich Fade aber sagen. Wolfram. I am so proud, Wolfram. What I still haven't found. What I am looking for. Wolfram, you are grand. Das ist ein Insider, das kennt ihr jetzt nicht, aber mich erinnert das jetzt gerade. Manchmal mag ich Guldo sehr. Nur die Entwicklung. Ist blöd. Aber gut, wir haben Zeit. Schallelos. Hast du das, Deco's, Laschlelos? Machkelkos, Laschlelos. Ja, 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 ja. Freezer. Wir haben gleich die ganzen DBZ-Leute hier. In einem Raum. Schallelos. Ach, Schallelos. Ach, Schallos, ja. Na ja. Schauen wir mal. Hat mich nie interessiert, das Pokémon, ne? Ja, das ist nicht effektiv. Darum kenne ich dieses Pokémon auch nicht so gut. Ich werde jetzt einfach nochmal wechseln. weil ich es kann. Und man, die Zeit vergeht doch wie im Flug, oder? Das ist wahnsinnig. Das kriege ich auch nie geschellt. Ein Freund. Ich liebe diese Musik, oder? Lostergypur. Bitter Musik. Geht's los. Die Musik geht zu schnell. Sie ist bald wieder vorbei. Aber wait. Wait. Wir werden noch mit dir sprechen. Ich will ganz gerne gegen dich kämpfen. Zumindest ist es deine Bude aus Raum. Lalalala. Aber ich bin auch immer warm. Jetzt arbeite ich wieder weiter. Wait. Ich wollte euch zu dir, aber ich darf nicht. Das entwickelt sich ja. Das ist ja das, was ich auch haben möchte. Guldo, schnapp es mir. Guldo? Guldo? Guldo, Guldo? Guldo, guldo, Guldo. Sehr schön. Kann ich gebrauchen. Kann ich mega gebrauchen. Ich weiß nicht, ob Geratax wirklich sinnvoll ist, aber ich versuche es jetzt zu haben zu wollen. Bitte, bleib in meinem Team. Bleib es einfach. Wir beide, wir sind die Besten. Wir sind so Bro-y-Homies. Das Pokémon ist so cool, wenn es sich am Ende entwickelt. You are bleibing bei mir. Du bleibing bei mir. Nicht hat es fast geklappt. Das gibt es hier nicht. Das gibt es nicht. Nein, nein, nein. Elikate, du bleibing bei mir. Du bist mein bestester Kumpel. Komm, bleib drin. Tickle. Aber ich habe so viel abgezogen. Kann ich mir aber schwächen? Ich versuche es nochmal. Komm. Ich will dich haben. Umsonsten frage ich dich später. Aber wenn ich weiß, dass du hier existierst, gehörst du mir. Und all deine Familie gehören mir. Mir sage ich. Okay. Du musst in mein Team. Elikate, bitte. Ich weiß, das Leben ist schwer. Oh Mann. Noch zwei. Oh, Gebeide. Und du bist ein wichtig. Ich schau nicht hin. Ich schau nicht hin. Warum am Schluss, ey? Das gibt es doch gar nicht. Jetzt probiere ich es mal nochmal, ihn zu schwächen. Ich probiere es einfach. Ich bringe ihn um, oder? Oh, er leckt es. Es tut mir leid. Oh, du wolltest es nicht in den Ball? Schade. Na gut. Ich hätte dich nur zu gern gehabt. Tja, schau an. Haha. Lehn dich zurück und staune. Mit der Attacke zur Turmera kann man Felsen aus dem Weg räumen. Schau her. Felsen müssen aus dem Weg geräumt werden, wenn sie den Pfad blockieren. Sobald du den Orden hier der hiesigen Arena hast, ist das ja auch kein Problem mehr, oder? Tja, ist dein Pokémon noch nicht fähig dazu? Tja, Pech gehabt. Also musst du den Arenenleiter besiegt, ja. Und das bin ich. Ciao. Pst. Pst. Tschö. Du wirst mich ärgern, ja? Ach, ich versuch's doch nochmal. Komm, ich... Let's do it this. Ha. Dieses Pokémon ist einfach so toll. Erleicht. Hier. Das ist so awesome. Das kann ich brauchen. Der Typ... Ach, diesmal hat er mich jetzt nicht paralysiert. Ha. Naja, okay. Wir versuchen's jetzt einfach. Ich will dich. Egal, was du kannst oder nicht. Das gibt's doch nicht. Na, ich hab ja auch keinen. Ja, dann. Äh. Ich wollte eigentlich gehen. Ciao. Ciao, babe. Schade. Die Pokémon hier, die lassen sich nicht einfach so verhindern. Ach, süß. Die gibt's auch noch hier. Ein Haspiror. Die nächste Entwicklung haben wir ja auch schon gesehen, ne? Schlappohr. Oh. 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 Ja. Milch, raus. Raus, raus, raus. Ja, ja. Ja, das Leben ist schön, nicht wahr? Bitte, Flucht. Hoppala. Ja, ich würde sagen, ich trainiere wahrscheinlich noch ein bisschen. Ich werde mir vielleicht auch ein Team ein bisschen zusammensuchen. Wir haben ja jetzt halt einiges Neues erlebt. Wir haben ein sehr feminines Team. Ach, Flucht gescheitert. Ganz so lange drauf prügeln. Bitte, ich will gehen. Lass mich doch mal gehen heute. Von heute. Und dann will ich ja wieder ein bisschen trainieren und vielleicht mehr noch ein Team zusammenschauen. Ja, was es halt so alles gibt, ne? Was habe ich liegen lassen? Was kann ich noch tun, um euch das nächste Mal zeigen zu können? Hat Lippenstift dran, ne? Genau. Wohin genau. Da geht's hin. Kann ich wechseln? Ich hasse manchmal dieses Pokémon. Ja, ich kämpfe doch bereits, ist mir ja klar. Dann lass es, dann lass mich mal beißen. Dass ich mich doch mal vom Kuchen abbeißen kann. Wohin genau, tschüss. Das ist ein weibliches Wohin genau, darum hat's auch so Lippen, ne? Dann möchte ich mal wissen. Oh je. Ja, diese schöne Konter, ne? Das ist gemein. Ja, ja, dann raus hier. Ja, gut. Ich werde mich auf jeden Fall bedanken, sowas von bedanken, dass ihr bis hier hingeguckt habt. Und das ist schön, dass ich euch begleiten darf und mich begleiten darf und das Spiel begleiten darf. Bisschen trainieren, Team aufstocken. Pokébälle kaufen. Seht schon, ist es rechtlich spät. Ja dann, tschüss. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Morgen, schönen Mittag. Schönen Tag. Bye. Uhuhuhu. Fräsch. Fräsch. Schönen Tag. Tschüss. Schönen Tag.